Na gut, irgendwelche Fragen? Kannst du mir was beibringen? Ich denke gerade nicht. Okay. Die beiden hatte ich bereits. Aber hatte ich nicht auch von hier irgendwo ein Kopfgeld angenommen. Nougatis Schlangenkorne. Ja, und das? Das könnte von ihr sein. Hm. Wenn ich rede, ich bin bei Gelegenheit. Ich will eh nochmal in die Taverne. Aber jetzt muss ich erstmal warten. Bis Abend wird. So, weil jetzt muss ich Katrin finden. Mal sehen, wo sie gerade herumloggert. Mal gucken, was da noch drin ist. Oh ja, das nehme ich gerne. Oh je. Drei eiserne Konstrukte. Das könnte nicht schön ausgehen. Du nimmst mich total aus. Ich brauche doch nur ein paar verdammte Teile. Die Frau momentan etwas verärgert. Bickt sich zwischen den Konstrukten hin und her, die sie umgeben. Was machst du hier? Was? Ich habe jetzt keine Zeit, die nötig wäre, um dich aufzuklären. Dann verschwinde, dann lebt mal wohl. Ich will sie eigentlich nicht einfach angreifen, weil ich will nicht noch meine Aggressivität noch weiter hochtreiben. Und ich schon wieder... Von euch nahen gibt es in jeder Stadt Dutzende. So, schreiten wir es Katrin aus. Oh ja. Bis zum nächsten Mal. den Sehenspiel? Ja. Hallo? Versuch's mal mit. Okay, das macht den Auer. Gut. Hm. Taubender Schlag. Ah, nee. Bindung der Liebenden. What the hell? Nee, verzögerter Feuerball sollte ich nicht nehmen. Ihr solltet nichts nehmen, was Leute hier verletzen kann. Au, das hat wehgetan. Kettenblitz. Blah, 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 Beyoncé. Was kann ich tun? Geben wir dich mal zur Jagd frei. Hauen damit noch auf dich drauf. Okay, eine Heilzone wäre nicht schlecht. Weil die gute Seite ist die... Das Gute ist, die Konstrukte sind nicht sonderlich stark. Ermuntere sie mal. Und du... Kettenblitz. Nochmal. Gut, das hat nochmal wehgetan. Okay. Okay. Ich brauche eine Steinhaut. Ähm... Wer zur Hölle hat den Hua... Ach, eisernes Konstrukt. Äh, hat den Huana-Bewohner getötet. Macht uns das Probleme. Oh, da ist ja die Königlich-Totswahl-Gesellschaft. Äh... Was? Die hängen mit der Graberstraße zusammen. Sollte das vielleicht hier ein bisschen vertauscht sein? Könnten wir den da mal bitte totkriegen? Ähm... Komm, gib ihm da mal eine Säule auf den Kopf. Die macht doch eigentlich normalerweise... Sehr viel Schaden. Hm. Schreit er her, Schaden? Nö. So, so ist besser. Auch wer sich so lange gehalten hat. Was kann ich tun? Ein verwundener Schuss wird wahrscheinlich nicht viel machen. Nein, aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut. Was kann ich tun? Katrins Kartenfragment. Dieses Stück, zerrissendes Pergament, zeigt dir die bekannten Gewässer. Und lassen wir uns das vorlesen. Das Feuerarchipäe ist doch ohne die anderen festen, ist es unmöglich zu sagen, wohin die Karte genau dich führen will. Oder wie du dorthin kommst. Der Rand ist mit einer Notiz versehen. Katrin, wenn du das liest, bin ich sicher tot. Sorge dafür, dass die anderen sich an unseren Schwur halten und die Karte samt unserer verantworteten Schätze hüten wie ihren Augapfel. Dem ist besonders anfänglich dafür, das zu vergessen. Deine mehr oder wenig treue, untergebene Kapitän Henk war. Okay. Ein Level ab für mich. Blöffen wir mal mehr. Und sind wir mal heimlicher. Ja, ich könnte meinen verwundenen Schuss besser machen. Gegner rumpeln. Gegner rumpeln lassen, ja. Und fertig. Yay. Hm? Jetzt habe ich schon zwei Kartenteile oder drei? Katrins Kartenfragment. Großadmiral Imps Kartenfragment. Und Torkas Kartenfragment. Ja, jetzt brauche ich noch die Damen Impero. Und dann müsste ich alle haben. Weil im... Großadmiral Imp habe ich. Epero muss ich noch. Und Katrin habe ich auch. Ich bin hier. Ich bin hier. Sicherlich. Hm. Ich war da sie mal über das Teil. Ja, die Getränkung geht so schlank. Ohne. Hm. Ähm. Kahanga Palast. Die Quest abgeben. Also die Kopfgeld-Quest. Ich kann das nicht auch kurz. Ich kann das nicht aus. Ich kann das nicht mal um das mal aufialsíten. Ich kann das nicht mal um was. Aber jetzt. Das muss ich bloß wieder gucken, wo er ist. Weil das hier ist nur der Eingang und hier steht nur der Prinz. Ach, hier drüben ist auch wieder was. Weißt du, wem muss ich? Nun Gata. Du hattest nur was, was du mir beibringen kannst mit deiner Brille. Das nehme ich gerne an. Er legt dir zwei schwere Sandsecke auf die Schulter und lässt dich dann eine Reihe von Übungen absolvieren. Sie dienen alle dazu, die Stärke deiner Muskeln ebenso zu verbessern wie deine Beweglichkeit, wenn du eine Rüstung trägst. Er ist sich sicher, dass du jetzt genug gelernt hast, um in Zukunft eingeschränkt trainieren zu können. Er verabschiedet sich mit einem kräftigen Schulterzug von dir um fünf Sterne. Gute Reise. Du hast gerade das Training gelernt. Ich habe dir alles beigebracht, was ich beherrsche. Wenn du mehr lernen willst, solltest du dich dem Orden anschließen, dann lebt wohl. Also kann ich in meinen Notizen... Ja, Kuroflussdelta... Bräuchte ich mit jemandem mit mehr als sechs überleben? Okay. Lagune mit Supergülle-Monster? Ja, Dekataka-Grüfte, das habe ich. Und... Das Verdeck habe ich auch, ja. Kanonier... Port Maie, das habe ich gemacht. Nera, Nekataka... Magran... Magran... Achso, das war der Mediziner. Nekataka-Stufen, Nekataka... Ja, der Schild Paladin, den bin ich jetzt auch los. Händler. Ja, genau. Da müsste ich noch mit der Händlerin... reden, um die beiden Sachen zu reparieren. Und ich wäre sowieso flich serious. Vielen Dank.